das fühlt sich ziemlich genau an wie auf live da war ein baum im weg beim rückwärts rutschen der ist schnell umgefallen ja auch ein slayer dabei keine ahnung wir können das ja ziemlich gut warum auch immer der mit einem hammer rumläuft statt mit dem dual axis ok ich kann nicht in armor piercen oh shit in armor, die armor armor halt wird sich immer noch schneller an als auf live die umfallen ist aber schwieriger zu staggern die fallen einfach so um von bodyshots oh shit wie war das orden sind doch nur ein weg um tap hp zu bekommen und mehr nicht und da hatte ich gerade mein erstes problem mit ich prüfe nicht mehr alle und deswegen schlägt mich einer gut zu wissen aber dafür mussten das schon viele sein die nicht hier rum ja genau ich finde das ne merke wird der ist schon wieder zu staggern ne noch ein gunner upsie ich wollte gerade sagen ich wurde doch von links geschlagen da muss doch was gewesen sein ich bin schon Dann kommen schon mal. ja ok wir bauen die andere rein wie war das noch mit ich one shotte dann mal einen chaos warrior mit einem shotgun blast und weil es könnte sich ja auch geändert haben sollte er sich eigentlich geändert haben würde ich nur sagen dann dann das 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 Ich muss nicht das Jumping Puzzle machen. Hier geht's los, Stairs! Den habe ich ein wenig übersehen da in seiner Ecke. Ich dachte, die können sich da vielleicht auf den Vorsprung stellen. Hätte ich lustig gefunden. Na, darf ich bitte einmal herraustauschen, Jungs? Das wäre echt Knorkel. Danke. Wohin sind sie da? Oh, Leute! Bitte, bitte, nicht einfach verrecken. Das wäre Knorkel. Echt Knorkel wert. Ah, nein, der ist schon auf der anderen Seite auf dem Keller. Da oben ist offen. Wir kommen nicht durch, Mayflies. Vielleicht gibt es einen Weg drüben. Oh! Das hat mich überrascht. Ist bei uns sonst eigentlich nichts? Was? Man hat sehr eine Erfahrung nach. Wein! Not as good as hell, mate. We march like thunder on the hills to right the wrongs of a- They're so not buttoned. You're in good spirits, Goriczen? Well, there's no sense being miserable, is there a Zoom game? Just because we're going to our death. Ah, here the famous dwarf Possum is a... Found a person. He was dropped. No sense wasting it. Here, I found Stats. Storm Sorcerer. Isha. Oh, he's the assassin. Hi. Nice to meet you. Oh. There's even a Sorcerer somewhere in there, I heard it. There he is. Two Body Shots, as always. Also nothing else. Oh, get back, get back, get back. Back, back to the Plaza. Let's go. Let's go. Let's go. Oh, come on, man. Oh, weird. Oh, behind, okay. Oh, wow. Was ist das denn? Ich liebe dieses Spiel. Ich habe selten ein Spiel gespielt, in dem einfach nur Leute schnetzeln sich so befriedigend angefühlt hat. Zum Glück muss ich das dann nicht einsammeln. Hey, ich hätte es gerade im ersten Versuch geschafft. Respekt. Hast du Jumping Puzzles? Ach, ach nee, der ist drinnen. Oh, okay. Oh, okay. Good job. Ich liebe Jumping Puzzles. Ich kann doch nicht mehr auf den Tisch da drauf springen. Ich kann nicht gehalten. Also, ich kann mich nicht selber heilen, so. Also, ich habe, für diejenigen, die es nicht kennen, ich habe ein Necklace, eine Halskette, die dafür sorgt, dass ich mich passiv regeneriere, aber dafür kann ich mich halt nicht heilen. Ich kann weiterhin aber von anderen Leuten gehalten werden. Oh, okay. Oh, okay. Um, an assassin around. Hat it, let's see it. Shit. Oh, gosh. Was I just sealed? Hey, I could hit a small lumbering target after all. Oh, fuck. Failed. I, the ancestors. Failed. Failed. I'll slay the last one. Shedma, I have failed you. Oh yeah, so relaxed can it be, if you have a group, you know what you're doing. Good. It's a good shot. Put the shot in shadow. Chunfомина. Shedma. Ah, Gunners, someone draw that fire! FTSE BEST, SUBasso, now. Was soll das denn noch lütt? Was soll das denn noch lütt? Was soll das denn noch lütteln? Warte, zwei von denen ist da gleich auf jeden Fall noch problemlos. Wenn ich auch nicht mehr pingen muss. Na ja. Wieder zwei Bodyshots. Von dem anderen eine von nur. Ich hab vorhin noch einen One-Shot in dem One-Shot glaube ich. Oder hat sich da auch nicht viel geändert was ein Kindes der Mobs angeht. Das sind die Schildträger jetzt nervig. Und halt auch im Tank. Das ist der dritte Tom und er hat schon mit her springen. Jetzt kann ich hier wieder noch. Oh hey. Das geht. Also zwei Chaos-Songies und drei Ratten, glaube ich problemlos machen mit dem Schwert. Hier hatten wir vorhin ein Problem, wenn ich mich recht erinnere. Von daher bin ich nicht mehr ganz so krass wie vorher, aber vertrieblich. Das war eigentlich ganz entspannt. Das ist der dritte Punkt. Also Apokalypse bricht auf jeden Fall nicht aus mit diesem Update. Das kann ich schon mal sagen. Das ist ein, wenn ich mich rechtesignal. Wenn es ein Kindlabel war, dass ich schon mal gesehen habe.